Mein Name ist You2Games.com Auf der Playstation 4 Ich teste nur, ob das Mikro geht Weil vorhin Mir einer geschrieben hat Dass mein Mikrofon nicht gehen würde Und das hat tatsächlich nicht funktioniert Also ich hab kein Rauschen mehr Im Mikro gehört, aber Ja, jetzt müsste es funktionieren Tut mir leid, das passiert halt beim Livestream Da kann ich leider nichts machen Tut mir wirklich leid Aber ich denke, wir machen eine neue Runde Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen abreagieren So, jetzt halt ein bisschen weiter Vom Mund platzieren Dann stört euch das Und da würde ich mal sagen Machen wir jetzt eine neue Jagd auf Montana Black 88 Auf den verlogenen YouTuber Der andere auf YouTube stellt Und losstellt Und dann legen wir mal los, würde ich sagen Wenn ihr mich nicht hören solltet Schreibt es gleich in die Kommentare Dann kann ich den Livestream nämlich gleich beenden So Okay Dann gibt es glaube ich nicht mehr viel zu sagen hier Dann legen wir ja eigentlich gleich mal los So Cooles Bild Gorillas So Letzte Spieler It's epic Und dann haben wir hier noch Guck mal ein Türke haben wir hier Man Ach, wo ist denn der? Wo haben wir ihn denn? Wo ist der eine Muschi? Die eine Muschi? Ja, war irgendwo eine Muschi? Was ist die Muschi? Ah ne, die Muschi ist gar nicht mehr da Warum haben alle so viele diese komischen Gorillas? Verstehe ich nicht Egal Egal, 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 egal So Wir legen jetzt los In 10 Sekunden geht's los Und Ich muss mich hier nur noch bereit machen Controller in die Hand nehmen Und dann würde ich sagen 5 4 3 2 1 Und los geht's Wir zocken jetzt Call of Duty Advanced War 4 Herrschaft Das funktioniert Das ist schnell voll gemacht Und jetzt jagen wir den Chunky Mal gucken, wo wir ihn sehen Wahrscheinlich Treffen wir Montana Irgendwo in der Ecke Was er da wohl macht Weiß ich nicht Aber ist auch egal So Legen wir los Zwei Minuten sind wir schon da Und hoffe jetzt natürlich mit Ton Ja, funktioniert Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht Wenn ich ab und zu mal in das Mikrofon puste So, jetzt legen wir los hier Ja, wie schon gesagt Ähm, anderen Livestream Wenn ihr mich hören konntet Oder auch nicht Ähm Ähm Ja, ich werde bald mit Tanzverbot was machen Ganz großer YouTuber Hat auch was gegen Montana Sein letztes Video Über Montana Black Hat über 165.000 Views Ich glaube, da müssen wir nicht mehr drüber reden Das ist viel Das ist sehr viel Und jetzt muss ich wieder in die Zocker Stellung hier gehen Und gucken, wo seine Schergen sind Oder vielleicht treffen wir sogar Montana Black 88 persönlich Das wäre sehr geil Dann könnten wir endlich mal Rache üben So Oh, guck mal Was hat man denn da gekriegt? Ähm Ähm Ähm, fuck Alter, ist das ein geile Geile Knarre Guck mal hier, oh, guck mal, jetzt schalten wir dieses Missteil aus hier Oh, Junkie 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 Junkie, 80, 80 So, ja Sicher 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 Lauf, 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 lauf Wir müssen natürlich aufpassen Das alles voll in Call of Duty mit Abonnenten von Montana Black Und ihr wisst ja, die Taktik ist dann ganz normal Hinterlistig Hinterfotzig Oh, fuck, büte Fuck Sieg Jawohl Ehre ist wieder hergestellt, Leute YouTube Gamescom hat's gezeigt Man legt sich nicht mit uns an Nicht mit Libanon Elite So Ich hab die Ehre von Agenten 07 und einem Wurf vor wieder hergestellt Wir haben einen Abschluss gemacht Und ja Sehr gut, ich würde sagen Wir bereiten uns jetzt vor Für noch eine Runde Herrschaft Und dann Und dann, Dani Pro Dani Pro Dani Pro Dani Pro Guck mal, Rassist bekommt der Dani Pro Hat noch nicht so einen mächtigen YouTuber gesehen Dann verpisst man sich lieber Kenn ich schon alles So Ja, legen wir gleich los Ich würde sagen, wir machen noch eine Runde Herrschaft Das andere funktioniert nicht Das dauert 20 Minuten, bis ich überhaupt in meiner Lobby bin Und ja Dann legen wir los In so 10 Sekunden Ah, ich liege jetzt nur hier noch ein bisschen am Boden rum Chill hier noch ein bisschen Kraul mir noch ein bisschen Na, ihr wisst schon was Ah, das ist ein schönes Leben So Jetzt legen wir los Der Leutnant Commander von Lebanon Elite Macht sich bereit Für eine neue Runde Herrschaft Wir jagen Montana Black 88 So Ich werde den Junkie auf jeden Fall aufspülen Das ist ganz klar Also Haben wir überhaupt keine Gibt's gar Gibt's gar keinen Keine Widerrede Ich spüre den auf In Call of Duty So Die Croid spielen wir Das muss ich mich ja hinsetzen So Dann legen wir los Okay Dann nehmen wir die Kf5 Nein Was ist das denn für eine Scheiße Habe ich irgendwelche Granaten hier oder so Oh, verdammter Junkie, Alter Venedig, Alter Komm, Digga Du bist bestimmt ein Deutscher, Alter Eine richtige deutsche weiße Kartoffel, Alter 100% bist du eine deutsche weiße Kartoffel Ich schwöre, dass du eine deutsche weiße Kartoffel bist Das ist Venedig, Alter Kenn ich schon Solche, solche, solche Spieler kenn ich, Alter Ne 15 Jahre alt Weiße deutsche Kartoffel Blonde Haare Super Ach, du Kartoffel, Alter Ehrlich Scheißweiß Weißbrot Das Das sind so typische deutsche Streber, ne Haben richtig reiche Eltern, Alter Und dürfen die ganze Zeit Call of Duty zocken Bah Ich die verachte, diese Scheißzocker Komm Her, du verdammter Hacker Du willst doch Hier, schaut euch das mal an, hier Dieser Venedig Alle melden hier Alle melden Die würde ich alle rausschmeißen Ehrlich Guck mal, wie falsch die spielen Richtig falsch Oh, der kriegt mich diesmal nicht Der kriegt mich nicht Oh, verdammt, nein Dominik, Digga, was ist denn hier los Oh, nein, du verdammt Ey, dieses Spiel ist richtig scheiße Und dieser Venedig Der geht mir auch richtig mal auf den Sack hier So, den könnt ihr jetzt alle mal melden So, merkt euch den Gamertag Bitte Bitte schreibt ihn auf Ich seh das nicht ein Ich seh dieses Spiel nicht ein Das ist nicht normal Dass ich achtmal gestorben bin Haut rein, Leute Bis zum nächsten Mal Ich tue ganz konkret Ich tue das nicht in 4 Ciao Habt mal keinen Bock mehr Auf dieses Spiel Call of Duty ist scheiße